hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen folge star wars battlefront hier auf zahnscherzen mit mir dem sentino und wir spielen fracht oh ja habe ich bock zu fracht fracht hierbei geht es wieder um container sammeln capture the flag ganz klassisch container holen zurücklaufen und wir sind zu sechs die sind zu fünf okay wir spielen rebellen aus kreis noch ändern vielleicht kommt einer dazu ist ja ziemlich geil 66 am besten okay und ist die map ist so los anscheinend der frachthangar ich bin gespannt das wird wieder eine schnelle runde glaube ich mal gucken wie lange dauert ja ich bin gespannt das wird bestimmt lustig damit und ja es geht los kommen wir in ein laufendes spiel reingeworfen werden ob er schon wo ja laufendes spiel wir sind weit am verlieren achtholen okay aber noch kann sich das was ist das mit keinem was sondern wir machen muss reale truppen haben die kracht geborgen schütteln miss 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 beschützt mich doch wo ist unsere fracht haben wir die schon wieder zurück die sind eindeutig verloren vorbei sie war da weiter fast ich jetzt schon über da die maschine da der ok die ist hart dies hat mich da hinzustellen das ist natürlich trotzdem versuchen irgendwie da reinzukommen was ist das für ein ding das kann mit diesem symbol machen zwischen symbol der ich bin auch geschützt hier von regionen da hat sie noch ab wo seid ihr denn ihr müsst mich beschützen das ist der sinn des spiels alle rennen sie los machen nix warten moment am ende haben wir eine unterzahl sich wir waren ziemlich unterzahl aber egal wir bleiben auch mal in der gruppe so was ändert sich gleich ich hoffe das ändert sich gleich ich bin auch gespannt ich wollte viel gumma ausrüsten das ist so lange gemacht es geht hier wie gesagt nicht ums kinder um sachen holen team ist hier ganz wichtig teamgeist ist hier unheimlich wichtig wir schützen holen verteidigen darum geht es und nichts anderes oh ja okay die welt kenne ich doch noch ein bisschen es los geht wir müssen das da verteidigen und das da holen gespannt in der mitte genau ich kann nicht schießen geht nix kontrollers aus nur bewegen geht ja alles klar mache ich bin auf dem weg auf geht's ist das schon mal dumm Wir haben die Frage, bringt sie zu unserer Basis. Jawohl. Das Rebellenpark hat die Frachtkiste erbeutet. Vernichtet sie. Also. Das Rebellenpark hat die Fracht erbeutet und gelichert. Fünf, fünf. Leil. Das war nicht so gut. Das ist halt doch mal durch. Runter. Oder rechts jetzt scheint. Shit. Shit, 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 shit. Ich warte das jetzt auch. Die Frachtkiste in den feindlichen Händen. Die Frachtkiste in unserer Hand ist. Verteidigt sie. Die Frachtkiste. Leute, ihr müsst auch bei mir bleiben. Ich bin sehr konzentriert. Shit, die haben schon wieder im Punkt geholt. Das wird eine kurze Runde, glaube ich. Oh, von hinten, verdammt. Der spielt schon ein bisschen länger. Den Charakter kriegst du erst, wenn du schon lange spielst. Damn, warte mal. Wo ist uns das verteidigt? Ich will mir jetzt sagen, wo wir verteidigen. Es kann nicht sein, dass wir immer hier. Wenn man so zweit hier direkt davor stehen bleibt, ist dumm. Der ist tot. Der ist tot. Die koordinieren sich richtig gut. Ich bin das schon mal. Wir kommen zu drei Seiten, direkt gleichzeitig. Nicht schlecht. Wo, wo, wo. Alter. Das ist richtig heftig, ey. Die sind verdammt gut. Ja, vor fünf Minuten machen die uns platt. Aufpassen. Rebellen. Aber wenn die holen, können sie nicht verteidigen. Hoffe ich zumindest. Die Fracht ist in der Hand der Rebellen. Ja, alles gut. Das ist richtig heftig, ey. Die Fracht ist gesichert. Bringt die Unversehrt zur Wartes zurück. Bringt die Unversehrt zur Wartes zurück. Wenn sie erst abliefern, wenn... So, wir können jetzt ein bisschen Zeit rauszögern. Der! Wo sind meine Leute? Wo sind meine Leute? Alter Schwede. Scheiß Ding hat alle. Eigentlich müssen die ständig vor mir herlaufen, meine Leute. Verloren. Das war nicht gut. Das war keine gute Runde. Da ist ja ganz oben dabei, aber... Ne, die haben uns alles kalt platt gemacht. Die haben uns platt gemacht. Willst du mal die Gruppe? Mal gucken, ob es dann besser läuft. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Ich bin ja mal gespannt. Aber es wird schon. Auch noch in der Fracht. Wenn das Team auch gut läuft, dann ist alles super. Aber so... Irgendwie... Naja, egal. 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 Ich hoffe, es geht gleich weiter. Auch ziemlich, ziemlich lange, um sich abzumelden. Komischerweise. Komischerweise braucht das sehr, sehr lange. So, gleich wieder auf Almori. Pracht. Und ich glaube, wir sind genommen selb-team wie vorher gelandet. Gwason. Gwason. Wirdland. Bin mal gespannt. Ich bin mal gesparen. Wahrscheinlich noch sehr mit ihm gerade auch. Weil das kaum wer spielt. Den geht mal davon aus. gut es bleibt... gu stehen vor How about the best ich bin habe ich bin vor Kraft, 4 Euro auch, 4 Euro. die waren wir im realen ja können kommen Ich müsste es losgehen, ja, es geht los. Ich bin schon mitten dabei, 5,5, ne, alles gut, jetzt ist es angefangen, ich bin mal gespannt. Oh, sehr schön. Ist das Grüne da? Oh, gar nicht. Das war dumm. Oh, 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 oh. Hier ist schon gut los. Oh, der hat ziemlich lange schon spät. Der Feind hat die Frachtkiste erworben. Ich weiß auch nicht, wo die Feindkisten sind, äh, Frachtkisten, Feindkisten, Frachtkisten sind, um ehrlich zu sein. Großer. Ich bin in der Rebellen, ne? Ja, alles klar. Ich muss eine imperiale Proppe machen. Imperiale Proppe machen. Oh, von hinten, alter. Nicht gut. Ne, nee, gar nicht. Oh,oh, oh, 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 o, oh, oh, oh. Der hat drei Leute geschlaft gemacht, alter. Mehr konservieren. geschaut also richtung wir müssen verteidigen ganz sicher aber hier Lass mich hier. ich weiß es dumm ich möchte das funktionieren wir haben die fracht bringt sie zurück zur basis nein 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 der kommt er wieder nicht gut Ich bin hier. Wir haben die Fracht, beschützt sie. Mist. Ja, ich fuhre, ich fuhre, ich fuhre, ich fuhre. Ich fuhre, ich fuhre, ich fuhre. Ich fuhre, ich fuhre, ich fuhre, ich fuhre, ich fuhre. Ich fuhre, ich fuhre, ich fuhre, ich fuhre, ich fuhre. Für die Rebellion. Schau mal hier, danke. Was ist das? Der Feind hat die Fracht gesichert. Was ist das? Was ist das? Ja ho, dann. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Keine Ahnung. Das ist total kacke. Ich brauche noch wegreden und schon... Ach so. Ich verstehe. Er verteidigt wieder ein bisschen. Sonja? Jawohl, das ist gut. 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 Bis zum nächsten Mal.